AR, VR, EXA oder MA, wisst ihr, was das ist? Wenn nicht, dann bleibt jetzt dran. Wir klären heute diese Abkürzungen, wofür sie stehen und wie ihr die dahinterstehende Technologie im Unterricht einsetzen könnt. Also bleibt dran, denn jetzt geht's los. Lernen im Klassenzimmer ist zu künstlich und spiegelt nicht die Wirklichkeit wieder. Was das angeht, hat sich sicher schon vieles zum Besseren verändert, aber manche Dinge lassen sich im Unterricht eben nicht darstellen, wie etwa den Besuch historischer Plätze oder den Start einer Rakete. Aber was, wenn doch? Wie wäre es, wenn man im Erdkundeunterricht den Regenwald behandelt und gleichzeitig sich mittendrin befinden würde? Genau das sollen immersive Technologien ermöglichen, also Technologien, die ein direktes Eintauchen in die Materie ermöglichen. Und jetzt kommen unsere Abkürzungen vom Anfang ins Spiel. Immersive Technologie ist ein Sammelbegriff für Anwendungen und technologische Lösungen, die es ermöglichen, in eine andere Welt einzutauchen. Also, was ist der Unterschied zwischen XR, VR, AR und MA und was bedeutet das überhaupt? Also, XR steht für Extended Reality, also eine erweiterte Realität. Das ist im Grunde einfach eine andere Bezeichnung für immersive Technologie und kann auch als Sammelbegriff verwendet werden. VR ist die Virtual Reality, also die virtuelle Realität. Mit VR taucht ihr komplett in eine digitale Welt ein. Dafür zieht man sich die VR-Brillen auf. Davon habt ihr sicher schon gehört. Klaas VR ist zum Beispiel eine Plattform für VR im Unterricht. Mehr Infos gibt es unter dem Link in der Videobeschreibung. AR bedeutet Augmented Reality, zu deutsch unterstützte oder augmentierte Realität. Hier wird mithilfe von Technologie eine Ergänzung oder Unterstützung der Realität dargestellt. Berühmtestes Beispiel hierfür ist wahrscheinlich Pokémon GO. Über den Handybildschirm sieht man Pokémons in der realen Umgebung sitzen. Für den Unterricht kann ich hier den Merge Cube empfehlen und ebenfalls Klaas VR. Und zu guter Letzt haben wir noch MA, das ist die Mixed Reality, also die vermischte Realität. Mixed Reality ist der Augmented Reality sehr ähnlich. Das MA-Gerät zeigt gleichzeitig die tatsächliche Umgebung und die virtuellen Objekte. Der Unterschied ist, dass die virtuellen Einblendungen mit der Umgebung und den Nutzern interagieren können. Kleines Beispiel, auf dem Bildschirm seht ihr euer Klassenzimmer und virtuell, keine Ahnung, einen Goldklumpen. Nun könnt ihr bei MA den Goldklumpen etwa nehmen, also virtuell, und auf den Tisch legen und mit einem echten Hammer virtuell in tausend Teile zerschlagen. Warum man auch immer das tun sollte. War das irgendwie verständlich? Naja, also das ist auf alle Fälle XA, VR, AAR und MA. Was spricht nun dafür, dies im Unterricht einzusetzen? Tja, Steigerung des Interesses, Ermöglichung einer authentischen Lernerfahrung, Eintauchen in eine andere Welt und diese hautnah erleben, bessere Wissensvermittlung durch direktes Erleben, Nutzung von fächerübergreifenden Anwendungen, ja, und sicher noch vieles mehr. Klingt das alles super spannend, aber ihr wisst nicht so recht, mit was und wie ihr damit starten könnt? Unser Betzold Digibits bietet regelmäßige Schulungen zu diesem Thema an und hilft euch beim Einstieg in diese sehr aufregende neue Art des Unterrichts. Links zum Digibits, ClassBR und MerchCube findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und jetzt seid ihr wieder gefragt, habt ihr VR oder AAR schon mal im Unterricht verwendet? Wenn ja, wie waren eure Erfahrungen und wenn nein, habt ihr Bock drauf? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jeden Daumen nach oben und über jeden Kanalabonnenten. Teilt das Video gerne mit euren Kolleginnen und Kollegen und taucht gemeinsam in die virtuelle Welten ein. Ja, und das war es auch schon wieder mit diesem kleinen Exkurs. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ich bin der Christoph und tschüss.